Ich muss auch an der Stelle ganz kurz mal sagen, die zwei sind echt geile Menschen, Digga. Beide. Jetzt mal auf schwul gesagt, ne? Ey, hör auf, das tut mir weh. Ich sag die ganze... Jetzt mal auf schwul gesagt, ey. Ey, hör auf, ne? Das tut mir weh. Ey, sorry, Digga. Ich bin behindert, Bruder. Mach nicht so, Pi, ey. Mach nicht so, ja? Mach nicht so, Kurban. Bis zum nächsten Mal. Manuelsen, Schulter, Manuelsen hält die Beine so. Bruder, ja. Warte. Ich weiß, ich kehre mal hier hin. Und nochmal? Bruder. Bruder, ich bin vor meine Haier. Abo-Hip-Hop 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 Wir sind auf der Suche nach einem Typen mit einem Pinguin. Der war das. Wie hat er das gemacht? Das war nachgesprochen, ne? Hat er selber gemacht, wa? Der war das. Ja, da ist er, da ist er. So, was sagst du jetzt? Es gibt auch Leute, die einfach Tyrannen sind. Die Unterdrücker sind. Glaub dem nicht. Wallah, glaub dem nicht. Ich hau den in zwei Sekunden behindert. Ja, Habibi. Ich bin Bruder. Endpunkt, Bruder. Ich bin Transformer, Bruder. Ich bin Optimus Prime in dem Shit, Bruder. Mich kriegt keiner klein. Alter, Digga. Ich bin Transformer, Bruder. Ich bin Optimus Prime in dem Shit, Bruder. Kannst du sagen, lieber Manuel, was ihr wollt, Digga. Der Typ ist Legende. Wem verarschst du? Weißt du, was ich meine? Du kannst vielleicht vor der Kamera die Leute verarschen, die dir zugucken und dir den Film abkaufen, aber du guckst doch morgens in den Spiegel, Alter. Halt, Stopp! Ähm... Maschala. Palaba, die Stars, tralali, raus, die Stars, ich bin raus. Du hast mich gestern sehr verletzt. Eine Unkorrektheit folgt auf die andere. Blababdi, blabablub, haha, jihuhu. Daraufhin ist halt das Fass aufgegangen. Ich habe es sehr persönlich genommen. Ich habe es sehr persönlich genommen. Das ist Alp. Das macht man nicht. Und da hat man allen möglichen Grund, sauer zu sein. Aber ich lasse mich nicht ficken, egal von wem. Macht keine Fitness. Weißt du was? Vertragt euch. Das wäre schön. Am Ende des Tages unten drunter. Am Ende des Tages schuldig dich schon. Und unten drunter. Erst durch. Ey, Pinguin wäre ein krasser Rappername. Stell dir mal vor, ich hätte mich als Rapper Pinguin genannt. Belass es dabei. Treib es nicht auf die Spitze. Hör auf, Alter. War deine Freiheit, lass mich in Ruhe gehen, deinen Weg. Jetzt gehen die wieder rein. Meine Eier, Bruder, meine Eier. Oh Mann, ey. Schade, Dicker. Ich habe gedacht, die haben sich jetzt vertragen, Bro. Ich sehe da noch was kommt. Kommt da noch was? Ne, da kommt nichts mehr. Krasse Scheiße, Dicker. Cindy, see it in, man. Fühl ich.